Hallo und herzlich willkommen zu ihrem Miknau Daily. Ja, der letzte vor Weihnachten und es sieht ja relativ versöhnlich aus. Der DAX aktuell rund um die Marke bei 15.400. Ja, gestern haben wir uns ja dann doch wieder etwas erhurt, nachdem es ja am Montag ordentlich nach unten gegangen ist. Aber gestern der TT, der Turnaround Tuesday. Ja, und heute liegen wir zumindest mit ein paar Pünktchen im Plus, sodass wir dann doch noch versöhnliche Weihnachten bekommen, muss man sagen. Ja, auch in den Vereinigten Staaten trotz Corona, trotz Omikron-Variante der Dow Jones gestern mit guten Vorgaben aus dem Markt rausgegangen. Der Dow mit einem Plus von 1,6 Prozent. Ja, und die Nasdaq sogar mit 2,4 Prozent. Das war die Vorgabenseite und die nimmt der DAX dann heute doch dankbar auf. Ja, wir haben zwar einen IFO-Geschäftsklimaindex, ja, der ist aber natürlich äußerst, äußerst schwach, muss man sagen. Ja, Lieferkettenprobleme, über die klagt natürlich vor allen Dingen der Einzelhandel. Da hören wir schon Lieferprobleme. Da klagen 81,6 Prozent der Einzelhändler drüber, dass halt eben die Ware nicht geliefert wird. Ja, ja, und jetzt sagt man natürlich auch, dass die Lebensmittelbranche sich langsam, aber sicher natürlich auf die Omikron-Variante natürlich vorbereitet. Und vor allen Dingen natürlich die Transportbranche. Die sieht natürlich, dass man sich hier natürlich jetzt schon vorbereiten muss, dass wenn halt eben tatsächlich diese Welle vielleicht Anfang des Jahres auf uns zukommt, dann doch etwas tun muss. Und vor allen Dingen sieht man sich aber hier in der Logistikbranche soweit schon gut gerüstet. Das zumindestens mal eine gute, eine positive Aussage. Hoffen wir halt eben, dass das Ganze nicht ganz so schlimm wird. Ja, Nachrichten haben wir natürlich momentan relativ wenig im Markt. Vor Weihnachten sind natürlich News rar gesät. Aber wir hören zumindest mal von Deliveroo Hero. Das ist übrigens die stärkste Aktie aktuell im Light Index. Im DAX geht plus 6,7 Prozent momentan nach oben auf 98,48. Da sie ihren Lieferdienst in Deutschland schon wieder einstellen. Ja, man hatte ja hier tatsächlich in sechsten deutschen Städten seine Lieferungen angeboten. Über Foodpanda sagt aber, das Ganze, das lohnt sich nicht. Und jetzt hat man jetzt nur noch in Berlin ein Entwicklungszentrum geöffnet. Das heißt also keinerlei Lieferdienste mehr. Ja, und von Hornbach die Aktie heute plus 0,8 Prozent. Bei 128,20 hört man, ja, dass man zwar im vergangenen Quartal, meine, seine Erlöse natürlich nach oben gebracht hat, trotzdem einen Gewinnrückgang verbuchen musste. Umsatz 1,4 Milliarden Euro. Aber man sagt, die Prognose bestätigen wir nach wie vor. Muss man mal abwarten, wie es da im nächsten Jahr 2022 weiter läuft. Ansonsten muss ich sagen, war es ja trotzdem ein gutes Jahr. Das schwierige Jahr 2021 natürlich ganz im Zeichen von Corona und halt eben im letzten Quartal natürlich abgewandelt durch die Omikron-Variante. Aber wie gesagt, die Bilanz fürs Jahr 2021, der DAX mit 12 Prozent Rendite und Performance, der MDAX mit 11 Prozent, der Eurostoxx 50 mit 16 Prozent und der Dow Jones immerhin auch mit 16 Prozent. Der Dow Jones Industrial wohlgemerkt. Also kann man nun nicht sagen, dass die Börse hier tatsächlich nochmal eingeknickt wäre. Nein, da hat man gute Renditechancen machen können. Also für Sie als Langfristanleger waren hier sämtliche Chancen und Möglichkeiten drin. Ob sich das im Jahr 2022 fortsetzt, ja, das kann man aktuell noch nicht sagen. Da sind die Analysten momentan noch etwas zurückhaltend. Weil man weiß halt eben noch nicht, wie entwickelt sich die Pandemie weiter. Vor allen Dingen halt eben mit der Abwandlung Omikron aktuell dazu. Das heißt, weiterhin haben wir natürlich noch das Problem der Lieferketten- und Preisproblematik. Sie haben es ja gehört heute vom IFO-Geschäftsklimaindex, dass halt eben die Einzelhändler hier dann doch etwas vorsichtiger geworden sind. Dann haben wir natürlich die nachlassende Geldpolitik, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten, wenn man da halt eben gerade jetzt ab Januar, Februar, März aus dem Tapering aussteigt und dann wahrscheinlich ab April mit den Zinsen wieder beginnt. Und wie gesagt, den Konflikt Russland und Ukraine, den dürfen wir natürlich auf der anderen Seite gar nicht ausblenden. Auch das haben wir natürlich im Jahr 2022 noch zu verarbeiten. Aber ich denke, auch diese Zeiten werden wir natürlich letztlich hinter uns bringen. Also von daher als Langfristanleger, wie gesagt, haben Sie mal überhaupt nichts verkehrt gemacht. Die Indizes sind gut gelaufen und ich denke auch, dass wir das Jahr 2022 natürlich meistern werden. In diesem Sinne darf ich mich jetzt von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen natürlich und der Familie ein frohes Weihnachtsfest. Kommen Sie bitte gut und vor allen Dingen natürlich gesund ins neue Jahr 2022. Dann werde ich Ihnen natürlich auch wieder zur Verfügung stehen mit meiner Wochenagenda und natürlich mit meinem Mick-Knauf-Daily auch mal wieder zur Wochenmitte. Werde Sie natürlich über das Marktgeschehen informieren, über das, was da natürlich auf der Wochenagenda steht, so dass Sie immer montags schon hervorragend informiert sind, was halt eben unterhalb der Woche geschehen wird, was auf dem Terminkalender steht, auf was Sie sich dementsprechend vorbereiten sollten. In diesem Sinne sage ich Ihnen jetzt vor Weihnachten, wie gesagt, bleiben Sie mir gesund, bleiben Sie mir gewogen. Aber wie ich immer sage, bitte bleiben Sie investiert. investiert.